Mit den Gästen, die wir hatten, mit den Videos, wie wir sie produziert haben, mit den Übungen, wie wir sie gestaltet haben, Studierende zu motivieren. Haben wir den Studierenden es erlaubt, einen beidseitig beschrifteten Spickzettel in die Klausur mitzunehmen. Macht doch die letzte Vorlesung vom Mond. Das ist ein Kurs, der nennt sich Datenmanagement und Analyse, den wir jetzt im Sommersemester 2021 zum ersten Mal auch angeboten haben. Da geht es um tatsächlich Fragestellungen der Datenanalyse, also der Anwendung und Auswertung und Verwaltung von Daten. Und wir haben den Kurs zum ersten Mal jetzt für die Zweitsemesterstudierenden der WISO, das heißt, das war ein ziemlich großer Kurs, auch angeboten. Wir haben eigentlich das Ganze in drei Teile geteilt. Zum einen haben wir Knowledge Nudges gemacht, wo wir gesagt haben, wir vermitteln online durch Videos, durch ein Skript und Online-Quizzes die verschiedensten Inhalte, wirklich auf kleine Bausteine runtergebrochen, nicht mehr 90-Minuten-Sessions, sondern eher in 20-Minuten-Bausteinen, die verschiedenen Themen der Datenmanagement und der Analyse. Im zweiten Schritt sind wir in Zoom-Sessions gegangen, also in synchrone Einheiten, wo ich auch dann nochmal die verschiedenen Inhalte aufgegriffen habe, die online vermittelt wurden, aber immer wieder auch auf Beispiele aus der Realität runtergebracht habe. Die Europameisterschaft war so ein Beispiel, die Corona-Situation war so ein anderes Beispiel. Und dann sind wir aber auch in die Wissensanwendung gegangen, weil wir dann auch mit einem Übungs- und Tutorienkonzept online die Studierenden auch nochmal in der Anwendung des Wissens auf neue Fragestellungen und Problemstellungen unterstützt haben, sodass sie eben von asynchronen Elementen über synchrone Elemente der Anwendung bis zur Wissensumsetzung verschiedene Bausteine hatten, um sich das Wissen rund um Datenmanagement und Analyse aneignen zu können. Bei den Videos und diesen Knowledge Nudges war es uns wichtig, dass wir kurze Einheiten machen, also keine 90-Minuten-Sessions, aber dann vor allem auch die Motivation der Studierenden hochhalten, sodass wir eben nicht nur immer am gleichen Ort vor der gleichen Wand stehen, um Dinge zu erzählen, sondern wir haben dann tatsächlich eine Reise von Nürnberg zum Mond gemacht, weil wir über das Semester hinweg pro Woche den Hintergrund der Videos geändert haben. Wir sind in Nürnberg gestattet, waren dann mal in München, waren in New York, Chicago, San Francisco, Seoul, Shanghai etc. Und das fanden die Studierenden total begeisternd, sodass sie am Ende sogar gesagt haben, mach doch die letzte Vorlesung vor Mond. Dann haben wir uns entsprechend Mondbilder besorgt und haben dann die letzte Vorlesung auch vor Mond gehalten. Für uns war es auch wichtig, deswegen liegt der Fußball hier, gewisse Dinge einfach auch mit der Praxis zu verknüpfen. Und zum einen war die Europameisterschaft, aber zum anderen hatten wir eben auch Dennis Eidekin, einen FIFA-Schiedsrichter zu Gast in einer Zoom-Session, der uns dann erzählt hat, mit wie viel Daten heutzutage im Profifußball gearbeitet wird, welche Daten ihm auch zur Verfügung stehen, um sich auf eine Spielleitung vorzubereiten. Er weiß beispielsweise ganz genau, wie Mannschaften sich verhalten, wenn von welcher Seite eine Ecke geschossen wird. Und das nutzt er, um sich möglichst gut auf dem Spielfeld zu positionieren, um dann auch richtige Entscheidungen treffen zu können. Das hat sehr eindrucksvoll gezeigt, wie diese Inhalte der Vorlesung, des Datenmanagements und der Analyse, eben auch heutzutage wichtig sind, dass der Profifußball gut funktioniert. Eine große Herausforderung war dann natürlich für uns, mit diesen verschiedenen Elementen, die wir hatten, die Studierenden auch zu unterstützen, weil natürlich auch die Themen teilweise sehr technisch waren und wir da entsprechend auch Konzepte gebraucht haben, wie wir diese technischen Themen und alle anderen Aspekte bei den Studierenden extrem gut unterstützen können. Und da hat mein Mitarbeiter Kian Schmalenbach sich verschiedenste Konzepte ausgedacht, die er vermutlich am besten selbst präsentiert. Also uns war wichtig, auf die Bedürfnisse der verschiedenen Zielgruppen einzugehen, weil wir eben sowohl Studierende der Wirtschaftswissenschaften als auch der Wirtschaftsinformatik im Kurs hatten, die einfach unterschiedliche Vorkenntnisse und auch in gewisser Weise unterschiedliche Lernweisen haben. Deswegen haben wir den Kurs bei der Übung und der Betreuung der Studierenden von Anfang an nach diesen Zielgruppen getrennt, haben individuelle Übungsblätter und auch individuelle Tutorienbetreuung für diese beiden Zielgruppen sichergestellt und haben uns eben bemüht, durch fünf Tutorinnen und Tutoren, die wir insgesamt hatten, und meinen Kollegen und mich als Übungsleiter, eine möglichst individuelle Betreuung sicherzustellen. Und was wir konkret gemacht haben, waren zum einen Übungsblätter mit Lösungen herauszugeben und auch unsere Übungssessions aufzuzeichnen, aber eben in den Tutorien auch nochmal einen Raum zu bieten, wo nicht aufgezeichnet wird und wo die Studierenden wirklich die Möglichkeit haben, in den individuellen Kontakt mit ihrer jeweiligen Tutorin oder ihrem Tutor zu treten. Ein weiterer Punkt war noch, dass wir während dieses Flipped Classrooms, also der Zoom-Session, in der Sven Laumer die Inhalte nochmal in der Anwendung erklärte und vermittelt hat, ein Q&A, also ein Fragen- und Antwort-Chat hatten, wo im Durchschnitt locker 60 bis 70 Fragen pro Woche von den Studierenden eingegangen sind und mein Kollege Florian und ich also im Büro parallel zu diesem Flipped Classroom da saßen und fleißig solche Fragen beantwortet haben. Und das war also auch eine wichtige Lessons learned, dass man in so einem Online-Format, gerade bei solchen großen Grundstudienveranstaltungen, eigentlich über diese Online-Interaktion eine deutlich höhere Interaktionsrate hinbekommt, als wenn man im Hörsaal den Mut aufbringen müsste, vor 500 Kommilitonen und Kommilitonen da seine Hand zu heben und eine Frage zu stellen. Also wie bei den Übungsgruppen haben wir auch in der Klausur nach Zielgruppen getrennt und den WirtschaftswissenschaftlerInnen, den WirtschaftsinformatikerInnen eine jeweils eigene Prüfung gestellt. Wir mussten also zum einen darauf Rücksicht nehmen, dass einfach die Vorkenntnisse in den Studiengängen anders sind, aber wir wollten trotzdem sicherstellen, dass eben in beiden Studiengängen die Anwendung im Vordergrund steht und haben uns zum einen entschlossen, eine Multiple-Choice-Klausur zu bauen mit der Open-Source-Software R-Exams, was uns dann auch erlaubt hat, die Klausur automatisch auszuwerten, sodass innerhalb von 36 Stunden alle ihre Noten hatten, haben aber gleichzeitig, damit eben doch die Anwendung im Vordergrund steht, den Studierenden es erlaubt, einen beidseitig beschrifteten Schrittspickzettel mitzubringen, sodass sie eben die Inhalte, beispielsweise die Definition einer Datenbank dort aufschreiben konnten, damit wir eben nicht sowas abfragen, sondern vielmehr die Anwendung, wie denn so eine Datenbank jetzt konkret die Probleme eines Unternehmens eben lösen kann. Ich war total begeistert. Zum einen, wie gut es uns gelungen ist, die Veranstaltung digital aufzubauen, aber auch zum anderen von den Rückmeldungen der Studierenden, die am Ende die Vorlesung eigentlich, ich nenne mal, gefeiert haben. Wenn man sich die Evolutionen anschaut, wenn man sich die Kommentare in StudyDrive anschaut, die Vorlesung kam sehr gut an. Mein Plan ist tatsächlich, auch wenn wir jetzt zurück in Präsenz gehen, diese Idee der Wissensvermittlung online und dann der Anwendung im Hörsaal sofort zu führen. Das heißt, wir haben inzwischen alle unsere Kurse auf dieses Format umgestellt. Das heißt, wir werden jetzt immer eine Wissensvermittlung online machen und im Hörsaal werde ich eher mit den Studierenden diskutieren, auf Beispiele eingehen, um dann da auch einfach in die Wissensanwendung und Diskussion zu kommen. Es hat online funktioniert. Warum soll es im Hörsaal nicht auch funktionieren?